Herzlich Willkommen zu einem neuen Simulator hier auf meinem Kanal, und zwar dem Flixbus Simulator, bzw. Thermostimulator. Wir sind heute von Frankfurter Airport nach Treffhotel Panorama in Oberhof unterwegs, samt mit einem gigantischen Bus, dem M&Lions Code C der zweiten Generation. So, und wir fahren für das Reisebüro Klobus, ein sehr schöner Name, aber dieses Reisebüro gibt es wirklich, und stellt auch schöne Reisen. Richtig, ich war mal auf ihrer Homepage, habt ihr ein bisschen nachgeschaut, ja, und deshalb fahren wir heute mit diesem Re-Paid, und zwar bei wunderschönem Sonnenschein hier am 21.11. um 18.08 Uhr. Okay, wenn das schon nicht funktioniert, dann kann man es auch schauen. So, wo das in einem Fall funktioniert. Okay, gut. Ich habe keine Ahnung, wie lange es heute dauert, aber das Video wird in einem Zeitraffer passieren, wenn es wahrscheinlich zu lange dauert, und sonst werde ich sehr stark flüten. Ich habe keine Ahnung, wie lange es heute dauert, und sonst werde ich sehr stark flüten. Bis zum nächsten Mal. 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 Ja. Bis zum nächsten Mal. 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 Ja. Bis zum nächsten Mal. 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 Fokus, Fokus, Lukus, Lukus. Telefonieren ist verboten auf dem Bus. Wenn Sie wollen, dass uns schlecht wird, dann haben Sie es gleich geschafft. Ja, Sie haben es wirklich gleich geschafft, dass uns schlecht ist. Wo waren Sie? Hallo, wo waren Sie? Ah, hier, 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 hier. Ah, ich weiß nicht, ob das dem Reifen so gut tut. Ja, der mag das, der Reifen. Oh ja, er mag das. Oh ja, das gefällt ihm sehr gut. Oh gut. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020